Abgeheiftete Tricks aus der F-Jugend, ey. So, heute fit vor Kreisliga hier mit ihm hier, Kreisliga-Legende. Haum ihn mal an. Oh, der ist komplett unrealistisch. Steck dir mal einen ins Gesicht, komm. Anzünden und dann Abfahrt. So, die Flachzange da hinten. Mehr Kreisliga als Legende. Er hat gesagt, ich soll ihn fit machen. Das kriegen wir hin. Wir haben eine ganz spezielle Übung vorbereitet. Lattenknaller nennt sich das Ganze. Ich bin mal gespannt, ob er überhaupt einmal trifft. Da, die ziehe, aber in der Mitte den erst. Komm, auf. In der Mitte, der schießt links. Was stimmt denn mit dem nicht? Ich habe gesagt, in der Mitte. Ja gut, der ist auch nicht mal aufgepumpt. Oh, was Schlechtes. Ja gut, der ist auch nicht mal aufgepumpt. Coach, erster Versuch. Ja, auf. Kotzener. Das war klar. Einmal abgelenkt. Einmal mal abgelenkt zwischendrin. Mal einer gebrüllt oder sowas gleich drüber. Hol die Pille. So ein Trainer brauchst du keine Feinde mehr. Auf, hol die Pille, komm. Ja, weiß ich, wo der hin ist. Du hast den geschossen. Das ist gar nicht unserer. Das ist gar nicht. Ist er jetzt unser? Sei doch froh, dass wir einen mehr haben. Wir haben ja normal nur drei. Ja, hopp. Vielleicht findest du noch einen Trikotsatz. Komm, im Gebüsch. Ach, komm. Oben rechts in der Ecke. Ist ja wohl nie so schwer. Alter. Ganz ehrlich, ey. Der Rasen ist natürlich auch sehr, sehr hoch, muss man sagen. Ja, der Rasen ist sehr, sehr hoch. Ist sehr hoch. Und du bist halt sehr, sehr unfähig. Das kommt noch mit dazu, ey. Statt oder hier beim Dorflandsratamt mal anrufen, das geht ja gar nicht. Wir sollen hier einen trainieren. Wieso scheiß ausreden die ganze Zeit höher? Der könnte nicht kotzen. Jetzt läuft der da das dritte Mal hinter und sammelt die Bälle ein. Wo sind wir denn hier? Wir wollen Zielschießen machen, nicht Gebüschschießen. So, jetzt mit Konzentration. Achtung. So, auf. Mach. Alter, nicht. Rechts oben. Wie kann man denn so einen Ball zwirbeln? Das ist doch nicht in der Mitte. Halb hoch. Ist aber auch schwer, das Ding. Mann. Normal treffe ich den blind. Ja. Blind ist das Stichwort. Steh auf. Alter, wenn ich so eine Kacke sehe, da kniet er da. Schieß. Ich so eine übertriebene Scheiße sehe. Der hat den ganzen Leben... Komm her! Der hat den in seinem ganzen Leben... Einmal jetzt was getroffen. Feiert sich hier, als wäre er, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo. Halt die Fresse hinter. Hätte ich mal gesagt, fünf Dinger. Meine Fresse. Kann doch wohl nicht angehen, sowas, ey. Total unterirdisch, ey. Die Fresse. Die Fresse. Wie man so doof sein kann. Au! Wo ist der denn jetzt? Oh, ist dir weh getan? Brennnessel oder was? Ich bin so gut. Vielen Dank.